So, ein kleines Urlaubs-Workout im Pull-Up-Test. Danach geht es weiter mit dem Sightseeing. Wir spielen halt nur ein bisschen rum. Es geht los mit Hands-Stand-Push-Ups. Dann machen wir noch ein paar Supersets mit Muscle-Ups, Straight-Butt-Dips, Pull-Ups. Einfach, dass wir so eine Stunde durch sind. Viel Spaß beim Video. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.